In meinem Leben habe ich gelernt, dass Geld ausgeben nicht alles ist. In meinem Leben habe ich auch gelernt, dass Geld verdienen nicht alles ist. Aber ich habe auch gelernt, dass es ohne Geld nicht geht. Das ist im Privatleben wie im Unternehmen. Sprechen wir davon Sinnmaximierung oder Profitmaximierung? Ich meine nicht. Ich meine, wir müssen beides in eine Balance bringen.